Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ARC Survival Evolved Fjordor. Heute machen wir was ganz besonderes. Es ist nämlich gestern das Update von Wennerheim gekommen und heute wollen wir mal rüberspitzeln. Mit dabei ist die liebe Kitty und die Emmi. Hallo. So, dann machen wir doch mal. Sieht ja auch cool aus, das Terminal. Mit dem Holz so. Haben sie richtig cool gemacht. So, dann wollen wir doch mal. Mal gucken, ob es klappt. 15 Überleben und 30 Tags. Oh, die haben es hochgestuft. Beim letzten Mal waren es nämlich 10 und 20. Ich bin mal gespannt, ey. Und ich erst. Jötenheim können wir ja leider noch nicht, weil wir dafür die nötige Ausrüstung noch nicht haben. Da würden wir gleich alles abfrieren, was Frau hat. Da hilft auch kein Otter und keine normale Pelzrüstung. Da brauchen wir leider verbesserte. Und ganz viel Suppe. Na mal gucken. Hier sieht man am Bauch. Ja, das brauchen wir ein bisschen. Ja, ich bin schon drüben. Oh, red noch nicht. Wir haben das Standbild. Oh, das sieht aber cool aus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das braucht bloß noch ein bisschen, bis die Struktur da ist. Aber ansonsten. Oh mein Gott. Oh, mit dem Scherp. Ich habe ja so ein paar Bilder schon gesehen. Krass. Superschön hier. Gleich mal ein paar Bilder machen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja hier das Pilzholz. Ja, das wäre cool, ne? Da drüben sehe ich gerade. Das sieht so nach... Ist das ein Stein oder ist das... Holz? Oh, Stein. So, Vögelchen brauchst du ein bisschen Futter. Also Futter fürs Vögelchen habe ich ganz vergessen. Aber da wird nicht gleich vom Fleisch fallen. Äh, ich habe bloß mitgenommen wegen dem Level, weil er jetzt weniger hat. Ja, beginn. Heilen. Auf jeden Fall sind hier die Pilzchen. Wahrscheinlich können wir hier auch wieder... Ja... Pilzholz dann. ...Pilze sammeln? Boah, mega. Wie sieht denn die Map hier eigentlich aus, wenn man hier guckt? Ah, okay. Es gibt noch keine Mäpfe hier, wenn man hier rüber travelt. Das sieht genauso aus wie die Map... Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis er das fertig hat. Hoffentlich finden wir wieder zurück. 1477. Wenn nicht, müssen wir uns das Video nochmal angucken, wo wir gestartet sind. Ja. Oh, mega. Ne, aber die Ausgänge findet man normalerweise immer. Oh. Cool. Und wie gesagt, und hier soll man ja, ähm, auch immer noch einen besonderen Boss bespüren können. Ich denke mal, das wird hier der Waldtitan sein, von Extension. Mhm. Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Oh, was war das für ein Geräusch? Oh, hat der Baryonyx schöne Farben. Wo hast du denn? Ich muss verlauter Bilder machen hier. Was ist das? Oh, Wahnsinn. Der Sarco, 260. Hat aber total verkorkste Werte. Oh. Das ist aber schön, dass wir schon ein paar Tierchen sind. Oh, der Stego! Oh mein Gott, hat der Farben! Ich muss hier Stegos nehmen. Oh Gott. Oh, wie werden dann die Agentarwiese hier aussehen? Oh mein Gott. Ihr hört, Kitty will gleich die ganzen Tiere wieder mitnehmen. Ach ja, ich habe Kugeln dabei und es gibt bestimmt genüge Kristallen. Ich lege wirklich für das Narkosmitte wieder zurück. Boah, mega geil. Ey, das ist ja eine Kuppel. Das ist ja wie, ähm... Ja, wie so ein Tal. Oh, das ist ja hö... Was? Oh, oder... Was der Hell? Das ist, äh, ein bisschen Überspawn, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, es lägt wie der Teufel weg hier. Ach du Kacke! Ah, weil ich es ausmache, sieht man es nicht so. Oh Gott. Oh, ei, 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 ei. Caramba, wo fliege ich hin? Ah! Ne, also das ist, äh, das war jetzt, äh... Unmütig. Ich darf da auch nicht hingucken. Wenn ich da hingucke, dann geht's gelecklos. Aber mega schön, vor allem mit den, mit den Genesis-Blumen. Aber dass er die so groß gemacht hat! Cool. Ja. Ist richtig cool, dass die so groß sind. Äh, ich glaube, äh, den Überspawn, den er hier hat, fehlt bei uns drüben. Ja, das glaube ich auch. Ja, aber er hat ja geschrieben, dass die... Äh... Die Wine Key, oder mit was er da arbeitet, ähm... Die, äh, streikt mit ihm. Die ist aktuell in ihm auf Kriegsfuß. Die zwei sind sich nicht ganz freund. Oh, mega. Sieht einfach nur geil aus, ne? Ja. Rüchte es an. Was? Aber das ist der Event-Faar... Oh, X-Paaras! Sind hier. Paaras? X-Paaras. Dann könnten hier vielleicht noch andere X-Tiere sein. Vielleicht sind ja hier die X-Spinos. Oh, der Kendro sieht cool aus. Oh, guck dir das hinten mal an. Da könnte man so mega schön bauen. Mit den ganzen Blüten im Wasser. Ja, das sieht mega geil aus. Also, ich glaube, ich muss abbauen und hier wieder neu aufbauen. Es sieht so geil aus. Ehrlich? Ja. Aber was ist das für grünes Steinzeug? Ich muss das mal ausprobieren. Ja, wollte ich nämlich auch mal. Aber hier, Rennstein... Oh, X-Raptoren! Okay. Normales Steinzeug, da kommt nichts raus. Vielleicht einfach nur eine besondere Struktur. Kackigefer! Mega! Okay, ich brauche Stegos. Freunde, ich brauche Stegos. Oh, der Kendro da auch. Oh Gott. Mache ich mal hier vielleicht eine auf Bewegungsgeschwindigkeit. Dann ist er doch ein bisschen schneller. Boah. Was leuchtet denn hier so lila? Boah, das sieht mega aus. Wo? Hier, wenn du hier fliegst, leuchtet das irgendwas lila. Siehst du das? Ja, irgendwas ist da lila. Aber was? Da ist ja nichts. Ah, da hinten das Kristalllicht. Ah. Ah. Mega, mega. Ich kann mir auch glatt vorstellen, dass hier dann auch die Bloodstalkers sind. Die will er ja auch noch hinzufügen. Oh Gott. Die ist türkis. Und Felm. Oh mein Gott. Was ist denn? Das ist ja schon wieder ganz unglücklich. Hier muss man ja noch mehr zähmen als drüben. Hm. Hm. Die Blumen haben auch unterschiedliche Farben. Das sieht mega cool aus hier, ne? Das ist mega schicke hier. Aber noch kein Holz, von dem man Pilzholz bekommen könnte. Na, ich hoffe, dass das tatsächlich hier noch hinzufügt. Weil das wäre sonst nämlich sehr ärgerlich. Ja, ich mein, vielleicht ist es ja in der Höhle, wo man die Rocktread-Eier klauen kann. Ich war da noch nicht drin. Ja, ich auch noch nicht. Vielleicht ist da so Holz für Pilzholz. Da könnte man ja auch noch reingehen. Ja. In der nächsten Folge. Hallo. Hier liegt gerade totes Holz. Kann man da vielleicht noch? Oh, jetzt soll ich vielleicht mal meinen Hub wieder anholen. Hallo. Oh mein Gott. Was ist denn? Ein X-Tapijara. Ja, der hat, so wie ich das verstanden habe, sind hauptsächlich bei... Oh. In den anderen Welten, die ich... Beziehungsweise liefert es blau. Es ist auch nichts zu passen. Oh, grüne Kristalle. Oh. Oh. Also den hier muss ich mir mal merken, den Stego. Der hat nämlich geile Rückenplatten. Der Rest sieht scheiße aus, aber die Rückenplatten sind geil. Ja, sieht mega mega aus. Und bei Nacht erst. Wenn die ganzen Blumen leuchten. Ja, dann müsst ihr bald so weit sein. Wie bist denn? Ah, da hinten ist auch ein Stego. Oh, mit 95er blau. Und welches Level? Mhm, nur 40. Mhm. An der Ebene war gar nicht so schlecht. X-Tapijara. Aber so 40 auf Leben ist halt sowas, wo wahrscheinlich nicht das top, was ich hab. Ich hab einen Affi gefunden. Oha. Oha. Kitty frisst hier schon wieder die Tiere. Ja, ja. Oh, guck mal. Sogar das Wasser leuchtet. Ich hab vergessen, dass ich meinen Eindruck hin habe. Dann dauert das ein bisschen länger. Oha. 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 Guck dir das mal an. Sogar die kleinen Blätter im Wasser leuchten, weil sie vom Kristall beleuchtet werden. Oh, mega geil. Sieht einfach nur cool aus. Danny. He-시는 wie fliegt Etasa. Muah. I-a-ganse-tears-armen. richtig richtig cool hat das dann hier irgendwas verschwindet ja na gut wir können ja nie wir können ja in jeder welt sozusagen noch so eine kleine außenbase bauen ich werde hier wahrscheinlich in der auf einem flech wohnen ist es schwierig so viele tiere rauszustellen oder oben ist noch ein stück vielleicht ist er noch ein paar sogar dabei dann kann ja jeder quasi in jeder welttiere rausschmeißen sind wir da ein bisschen flexibler 200 mit absolut geilen farben was der wahnsinn wahnsinn wie cool das hier aussieht die geräusche hier richtig gruselig aber sieht echt meine güte die steine steine sind echte hammer das sieht irgendwie wie eine mischung aus des dschungel bereich von genesis und unten in extension ding wo die gatschers leben aus mega cool hier sind aber normale kappen jägen ist die ähre hat er glaube ich noch nicht anzusehen die sind dann wahrscheinlich in einer anderen bilden dann oder erken die sind x wahrscheinlich und r wahrscheinlich in einer anderen ne das ist ein baum aber wieso ist das so durchwachsen mit diesem element solch das sieht richtig gut aus davon muss ich ein bild machen und also egal da ist da auch noch ein stego kitti und ihre stegos 312 ein geiler dang beetle wie ist das denn ernst mega aber hier gibt es tatsächlich noch gar nicht so viele fressfeinde sag ich mal vielleicht kommen hier ja auch die gatschers her das wäre natürlich nice und die blattstalker denke ich auch eulen in bunten farben das wäre auch immer toll mega was bist du denn 260 ach du bist der kommt vorhin nicht mit dem kreisbogen aber klar cool ey das ist alles mega schön ja da hat die der hat sich so viel müde du merkst richtig wie detailverliebt die beiden sind ja aber ehrlich mega cool das ist die frage der sieht aber auch schick aus na rapton sarco und cabros habe ich bis jetzt gesehen aber wo ist denn die die giftweibenschlucht hm die gibt es doch vielleicht noch nicht wie siehst du denn aus lass mal schauen ich denke mal das hier unten hier vorne vor uns ja hier sieht man wie so element aufblitzen das wird die kampf arena sein sag ich denke ich mal hier war ich nur mit hier war ich nur mit ja auch gerade gefunden ein kristall das muss ja ja auch irgendwie noch eine höhle geben wo man dann den den boss bekämpfen kann ich bin mal gespannt was finden sie hier einfügen in dem biome Weil, so wie ich das verstanden habe, will er in jeder Welt ein besonderes Tier einfügen. Bin ich mal gespannt. Ich habe ihn echt schön gemacht. Super toll. Ja, ich kann mir vorstellen, das hat definitiv hier oben ge- Huch! Auf dem Baum kann man noch nichts setzen! Ja, aber hier könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Bloodstalkers nicht sind. Die soll er ja auch laut seiner Seite noch hinzufügen. Er hat ja noch einiges vor dem Necathus. Ah, da ist die Kitty! Ah ja, ist sie richtig. Cool, echt. Ah, hier sind sogar Pferlchen! Oh, der ist blau! Der Moshops! Ich dachte, dass ich den Moshops nicht bauen kann. Hm. Über die Moshops-Zeit sind wir leider schon... ...hinaus. Was hatten wir gesagt? Wo war das Terminal 017, 77? Oder wie war das? Ja... Irgendwie so. Oh, ich habe ein Kristall-Dings gefunden! Ist das der Höhlen-Eingang? Wo muss ich denn hin? 17... 17... ...nach da unten... ...und 77 vielleicht nach da drüben? 17... Ja... So, jetzt fliegt so... Fliegt so in die Richtung. Mal gucken, ob ich es finde. Oh, was ist das so... Oh, was ist das denn? Ah! Ja, ich hab's! Ich hab's! Es ist bei... 1480. Okay, dann bin ich dahin unterwegs. Oh, das sieht aber auch interessant aus hier. Cool! Hier drücken gibt es auch noch keine Loots, gell? Nein! Ah, ich hab's! Ach so, jetzt müssen wir nur noch die Amy finden! Ja! Mega! Das die wieder mit nach Hause kann. Ja... Cool! Cool! Leider nicht zum Zähnen gefunden, aber es ist ja auch erst der Anfang. Sieht auch cool aus. Ich darf doch mal da stehen. Dato von der Tür? Egal. Du musst das jetzt hier irgendwo sein, oder? Wer? Ja, da hast du doch das Terminal! So. Aber wie gesagt, das ist mega, mega schön. Ja, absolut. Aber ich nehme hier gleich noch mal ein paar Pilzchen mit. Dann müssen wir nicht extra in die Gifthöhle. Haben wir das noch zu Hause? Ja. Ein paar sind doch schon noch drin. Ich wäre da. Ich gehe da eh wieder farben, weil da kriegt man am meisten Nackobärchen im Sumpf. Und da hole ich das dann wieder. So. Aber dann würde ich sagen, ist diese Folge für heute auch zu Ende bei mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Tschüss! 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 Das sage ich dann auch gleich. Das war's dann bei uns. Auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Eine Runde winken. Ne. Da will ich hin! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!